Und als erstes würde ich jetzt gerne Ihnen Herrn Thomas Meier vorstellen, der ja noch nicht vorhin da gewesen ist, aber wir sind sehr froh, ich setze mich hier mal dazu, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und zwar auch, weil Sie so einen super interessanten Lebensweg haben. Also ich bin doch erstaunt, wenn ich lese, dass jemand, der so eine Ausbildung hat wie Sie, der beim Internationalen Währungsfonds in Washington gewesen ist, der zwölf Jahre für Goldman Sachs gearbeitet hat, der Chefvolkswirk der Deutschen Bank war, dass der jetzt einen Think Tank mitgegründet hat, der sich auch mit anderen Fragen befasst. Und als erstes würde ich gerne von Ihnen wissen, wie sind Sie zu anderen Überlegungen gekommen? Haben Sie die Seiten gewechselt? Und wenn ja, warum haben Sie die Seiten gewechselt? Ja, ich habe in Ihrer Vorstellung gehört, dass für Sie auch die Finanzkrise ein entscheidender Punkt war. Ich meine, ich wollte, ich wäre schlau. Dann hätte ich wahrscheinlich mir viele Irrtümer im Leben erspart. Aber ich denke, wenn man sich geirrt hat, ist das Beste, man lernt aus dem Fehler und versucht, etwas Besseres draus zu machen, als dass man an Dingen, die nicht funktioniert haben, festhält. Ich meine, Versuch und Irrtum ist eigentlich das Prinzip, nach dem wir, nach dem sich die Natur entwickelt. Und wer sich dem verschließt, der kommt zu spät im Leben oder für den ist das Leben nicht mehr lebenswert. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war in dem System, ich habe das System miterlebt. Ich habe die Finanzkrise, wenn Sie so wollen, hautnah erlebt. Sozusagen im Stundentakt oder damals war es im Halbstundentakt oder sogar im Minutentakt. Und dann fragt man sich, was ist da los? Was läuft da falsch? Und dann ist natürlich eine sehr populäre Erklärung, ja, das waren alles die bösen Banker. Und ich denke immer, ja, das wäre ja schön, wenn es so einfach wäre. Dann schicken wir die raus, dann stecken wir die ins Gefängnis und schon ist alles geklärt und wir haben neue Leute. Aber wenn Sie sich ein bisschen weiter damit beschäftigen, dann kommen Sie darauf, dass das System Probleme hat. Und das war eigentlich der Anlass für mich, darüber neu nachzudenken und viele Dinge, die ich vorher gelernt hatte, infrage zu stellen und die Dinge neu zu lernen. Die Ökonomie, die Geldtheorie, Geldpolitik neu zu lernen. Und jetzt bin ich dabei, die Kunst der Geldanlage neu zu lernen, denn ich glaube, auch da läuft viel schief. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Gut, ich würde gerne noch eine Frage im Anschluss stellen. Schauen Sie mal, Ende Oktober hatte der Spiegel Ihre ehemaligen Kollegen auf dem Titel. Gut, die kennen Sie wahrscheinlich persönlich alle. Und ich würde natürlich gerne wissen, stimmen Sie dem Spiegel zu? Ist Josef Ackermann gierig? Also zunächst mal ist natürlich, wie soll ich sagen, Strebe nach Geld in dieser Branche, die sich mit Geld beschäftigt, was Inherentes. Aber es läuft so kurz, die Deutsche Bank danach zu beurteilen, was jetzt die Leute persönlich getrieben hat. Wenn ich die Geschichte genau anschauen, die ist nicht schlecht, die Geschichte, die da im Spiegel drin steht. Dann muss man begreifen, dass die Deutsche Bank Ende der 80er Jahre mit dem Rücken zur Wand stand. Die Deutsche Bank wurde gegründet 1870 als Bank für die deutsche Industrie. Der Gründungsauftrag war, die deutsche Industrie international zu begleiten. Und im Verlauf der 80er Jahre hat sich die deutsche Industrie aus der sogenannten Deutschland AG verabschiedet. Das heißt, diese engen Beziehungen und die Beziehung der Industrie zur Hausbank sind zerbröselt. Ich wurde damals, damals war genau gesagt 1992, von Goldman Sachs aus London nach Frankfurt versetzt, um der Deutschen Bank die Hölle heiß zu machen. Die Idee war, dass die deutsche Industrie was anderes braucht, als was sie in der Vergangenheit hatte. Die deutsche Industrie wollte und will Kapitalmarktgeschäft. Und die amerikanischen Investmentbanken, zu der ich damals gehörte, sahen damit die Chance gekommen, diesen Markt zu übernehmen. 1989 hat der damalige Bankchef Herrhausen die Zeichen der damaligen Zeit richtig erkannt und gesagt, wir werden nicht überleben als deutsche Bank, wenn wir nicht im Kapitalmarktgeschäft Expertise erwerben. Und ich kann es aus der anderen Seite bestätigen. Die Idee war, dass sie das nicht tun. Die haben sich dann, Herrhausen, Sie wissen alle, wurde ermordet. Er konnte die Übernahme von Morgan Grenfell selbst nicht mehr vollziehen, aber sein Nachfolger, Herr Hilmar Kopper, hat das dann gemacht. Die Deutsche Bank hat dann in gewisser Weise mit, ich würde mal sagen, beinahe mit der Brechstange versucht, in das Kapitalmarktgeschäft hineinzukommen. Sie hat Morgan Grenfell, eine britische Investmentbank, erworben 1990. Sie hat später dann, wann war das 96, glaube ich, 95, genau kann ich mich nicht erinnern, Bankers Trust, eine amerikanische Investmentbank, gekauft. Sie hat eine Truppe von Investmentbankern angeheuert. Ich nenne das immer die Fremdenlegionäre. Die Deutsche Bank hat sich eine Investmentbankertruppe herbeigeholt. So wie sich Frankreich Fremdenlegionäre herbeiholt, um schwierige Spezialaufgaben zu erledigen. Und diese Legionärstruppe hat der Deutschen Bank im Verlauf der 90er Jahre und im frühen 2000ern genau das gebracht, was sie erwartet haben. Die Deutsche Bank stieg in den Leak Tables in die Spitze. Sie hat die sogenannten Bulge-Bracket-Firmen, das heißt, das sind die amerikanischen Investmentbanken, die das Kapitalmarktgeschäft global beherrschten. Sie brach da ein in diese Gruppe. Die Finanzkrise hat dann gezeigt, dass die Investmentbanker, wie Fremdenlegionäre das nun mal tun, keine Gefangenen machen. Und die Skelette waren in den Schränken. Und durch die Finanzkrise gingen die Schränke auf und die Skelette fielen heraus. Und an diesem Erbe, da arbeitet sich die Deutsche Bank jetzt ab. Man hätte das natürlich im Nachhinein gesagt, man hätte diese Strategie, die Herr Hausen auf den Weg gebracht hat, die hätte man vernünftiger, langsamer, mit mehr Vorsicht verwirklichen müssen. Das hat man nicht getan. Also die Umsetzung war höchst problematisch. Die strategische Entscheidung war richtig. Und auch jetzt, sagte der gegenwärtige CEO, Brian, wir müssen da weitermachen. Ich persönlich sehe da auch keine Alternative für die Deutsche Bank. Wenn die aus dem Kapitalmarktgeschäft aussteigen, wenn sie zur Postbank werden, können sie eigentlich zumachen. Deshalb für sie ist das das Geschäftsfeld, in dem sie reüssieren müssen. Reüssieren sie nicht, übernehmen die amerikanischen Investmentbanken das Kapitalmarktgeschäft der deutschen Industrie.